Kennt ihr das, wenn ihr euch dazu entscheidet, eure Leuchte nachzurüsten und auf DALI umzusteigen? Wir auch genau aus diesem Grund bieten wir für die Unterputzmontage auch das Funk-DALI-Gateway FDG 62-230V ein. Da es sich hierbei um ein passives DALI-Gerät handelt, benötigen wir hier noch das DALI-Bus-Netzteil DL-N2-80mA, das an den DALI-Klemmen angeschlossen wird und ebenfalls Unterputz verbaut werden kann. Bis zu 40 DALI-Geräte können hier drüber angeschlossen werden. Allerdings kann nur ein Broadcast-Befehl abgesetzt werden. Nachdem ihr die Versorgungsspannung von 230V anlegt, wird der komplette DALI-Bus gescannt. Hierbei werden die Lampen mit maximaler Helligkeit eingeschaltet und auf minimale Helligkeit abgedimmt. Danach ist der Lernmodus automatisch für zwei Minuten aktiv. Mit einem kurzen Ein- und Ausschalten der Lampe wird die Einlernbereitschaft signalisiert. Wenn wir nun einen Funktaster als Richtungstaster einlernen, dann betätigen wir die Seite, mit der wir einschalten möchten, viermal. Die andere Seite ist dann automatisch fürs Ausschalten belegt. Nach dem Einlernen eines Tasters wird dies mit einem kurzen Ein- und Ausschalten der Lampe bestätigt. Der Lernmodus ist für weitere zwei Minuten dann aktiv. Kurze Impulse schalten das Gerät ein- und aus und lange dimmen hoch und runter. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Umrüstung. Falls ihr Fragen habt, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!